hallo ziel dieses video tutorial ist es zu zeigen mit welchen kommandos man mehrere pdf dateien verbinden kann ich bin im persönlichen ordner im verzeichnis dokumente und habe hier vier pdf dateien und die möchte ich jetzt zusammenfügen zu einer pdf datei und das geht wie folgt ich öffne ein terminal gehe ins verzeichnis dokumente cd leerzeichen und dokumente hier sind meine vier pdf dateien und jetzt gebe ich ein pdf tk das eigentliche tool leerzeichen und jetzt folgen die einzelnen pdf dateien 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf leerzeichen jetzt kommt noch abschneiden output leerzeichen und der name der ergebnis datei zb g.pdf um sich das ergebnis anzuschauen klickt man einfach auf die datei mit einem doppelklick und schon öffnet sich der dokumenten betrachter ok ebenso kann man das tool pdf unite zum einsatz bringen man tippt ein pdf unite leerzeichen nun folgen ebenfalls wieder die ganzen pdf dateien 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf und am ende kommt eigentlich nur noch der name der ergebnis datei zum beispiel g2.pdf ciao und viel glück so Untertitelung des ZDF, 2020